Demokratie ist, wenn alle mitreden können, im Wahlkreis Saarlouis. Das Duell von Kanzleramtsminister Peter Altmaier, CDU und Bundesjustizminister Heiko Maas, SPD. Dialogforum. Demokratie ist, wenn alle mitreden können. Heute sind wir in Deutschlands bekanntesten, berühmtesten Wahlkreis, nämlich im Wahlkreis 297 in Saarlouis. Es ist dem Automobilkonzern jetzt mal eine Richtung vorzugeben, nach diesem Vertrauensverlust, der ja unbestritten eingetreten ist. Nach dem Dieselgipfel war die Quote derjenigen, die der Politik da eher wenig zugetraut haben. Es müssen die, die was zu melden und zu entscheiden haben, die müssen sie in die Augen sehen und müssen sich auf konkrete Maßnahmen verständigen. Das, was Mecklenburg-Vorpommern in den 90er Jahren durchgemacht hat, das steht im Saarland jetzt bevor, die demografische Entwicklung. Das Saarland wird älter, die Jungen ziehen weg. Dass, wenn es um saarländische Interessen geht, man auch Parteigrenzen irgendwie überwinden muss. Ansonsten wird das schwierig, denn wenn wir uns da versuchen, gegenseitig hinter die Fichte zu führen, die Freitragenden sind dann die Leute hier. Das Saarland wird das wichtig, denn wenn wir uns da versuchen, gegenseitig hinter die Fichte zu führen, die Freitragenden sind dann die Leute hier.